Seit 1947 steht das Technologieunternehmen Feuth für innovative Produkte und Fertigungsprozesse und wächst seit jeher mit den Anforderungen seiner Kunden, den großen Automobilherstellern und ihren Zulieferern. Was als kleiner Familienbetrieb im Saarland begann, ist heute ein multinationales Unternehmen mit rund 2000 Mitarbeitern, das pro Jahr mehr als 100 Millionen Komponenten für einige der größten Namen der Automobilbranche fertigt. Bereits 65 Prozent der weltweit führenden Hersteller verbauen unsere Komponenten. Dank unserer Kunden, den großen OEM und First-Year-Lieferanten stecken unsere Produkte in den schönsten und innovativsten Fahrzeugen der Welt. So gestalten wir die Zukunft der Mobilität maßgeblich mit, als Hersteller und Engineering-Partner. Unser Prozess-Know-how differenziert uns. Umformtechnik und Aluminium-Druckguss sind unsere Leidenschaft. Wir beherrschen Komplexität und Präzision und entwickeln uns nachhaltig mit unseren Kunden weiter. Von komplexen Komponenten bis zunehmend fertig montierten Baugruppen und vom frühzeitigen Produktengineering und Prototyping hin zur Großserienfertigung einbaufertiger Serienteile. Unsere Mitarbeiter in unseren Kompetenzzentren Umformtechnik, Druckguss, mechanische Bearbeitung und Werkzeugbau verfügen über hohes Material- und Prozesswissen sowie Liebe zum Detail. Diese Kompetenzvielfalt aus fachübergreifendem Material- und Prozesswissen sowie innovativen Fertigungstechnologien macht Void so einzigartig. So lassen moderne Fertigungstechnologien wie zum Beispiel das Rührreibschweißen in Serie neue Gestaltungsmöglichkeiten beim Design gekühlter E-Motoren und Leistungselektronik zu. Unsere Kernkompetenz besteht darin, die komplexen Produktentwürfe unserer Kunden zu optimieren und prozesssicher und wirtschaftlich in Großserie herstellbar zu machen. In Zeiten zunehmend kürzerer Lebenszyklen steigen wir als Engineering-Partner bereits in der Entwicklungsphase inklusive Prototyping mit unseren Kunden in den gemeinsamen Produktentwicklungsprozess ein. Für jeden Produktentwurf gibt es dazu unzählige Umsetzungsmöglichkeiten. Verschiedene Materialien, verschiedene Fertigungstechnologien, verschiedene Bearbeitungsoptionen, verschiedene Fügeoptionen. Aus all diesen Möglichkeiten die Version eines Produktes zu finden, die wirtschaftlich, hochpräzise und prozesssicher umsetzbar ist, das ist unsere Kernkompetenz und ihr Vorteil in der Arbeit mit Void. Dieser Simultaneous Engineering-Ansatz garantiert eine hochvolumige und prozesssichere Serienfertigung und ermöglicht zugleich einen schnellen Markteintritt. Alle Komponenten liefern wir natürlich einbaufertig und just in time. Bereits heute bewegt sich Void in der Welt der Elektrifizierung von Mowden und fertigt sowohl Powertrain-Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch hybride und rein elektrischer Antriebe. Getriebeinnenteile wie Lamellenträger, Axialkolben, Planetenträger und Zwischenplatten bis hin zu Platten für Steuergeräte sowie komplette Gehäusebauteile für E-Achsen sind nur einige wenige unserer Produkte. Eine immer größer werdende Rolle spielen in der Zukunft des autonomen Fahrens und der Elektrifizierung die Produktfelder Comfort and Safety sowie Fahrerassistenzsysteme, für die wir unter anderem Komponenten für Bremssysteme, Thermalmanagement und Fahrwerk wie zum Beispiel Produkte für die elektrische Lenkung produzieren. Denn wir lieben Autos und gehen voran. Auch in Zukunft. Void Emotion for Mobile Worlds